Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau und heute spielen wir wieder ein bisschen Miene Plex und ich bin heute auch nicht alleine dabei, der stand gerade neben mir. Und zwar stoge ich heute mit dem Plexample meine Damen und Herren. Hi! Servus! Für dich ist das ja alles hier noch neu ne? Miene Plex und so ne? Ja und wir machen uns heute mal daran, wir wollen ein bisschen Master Builders ausprobieren, denn der Play hat erst ein, zwei Runden mal gespielt, aber ja und ich dachte mir so, ich mach mal auch mal mit und von daher würde ich mal sagen, ja gucken wir gleich mal rein hier ne? So wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Lobby drin sind. Also bis gleich, los geht's hier mit der ersten Runde Master Builders. Winter? 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 Was ist Winter? Ich glaube, das ist so ein Monster hier in Minecraft. Warte mal, ich muss mal gucken, wo haben wir denn die Köpfe? Ah, wir haben gar nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Oh Gott. Ja, das ist wie so ein Skelett. Man hat so ein Skelett ohne Unterbeine und hat drei Köpfe. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal hier die ganzen Materialien mal zusammensuchen. Googlest du das grad? Ja, wer sagt das? Hast du irgendwas gehört oder was? Ich bin der Beste! Du weißt, ich höre alles. Ich lass mir den Rang nicht wegnehmen. Ich nehme mir diesen Rang und lass mich nicht wegnehmen. Nein? So ein komisches Ding, was ich nicht kenne. Nein! Niemals! Okay. Also meine Damen, er googelt nicht. Nein? Nein, ich google nicht. Sowas mach ich nicht. Fui, ba, tu, tu, tu! Okay. Ich bin der Beste! Hab ich schon mal gesagt, ja. Weiß ich nicht. Kannst aber gerne nochmal sagen, wenn du möchtest. Ja. Ich will vier Minuten bleiben. Das ist einfach so locker. Mit irgendeiner Aschbacke baue ich das. Ja? Okay. Äh. Ich bin selber gespannt, wie meins aussieht am Ende. Und? Weißt du, wie er aussieht? Ja. Echt? Ich wollte doch wie ein Bekloppt doch schon hier. Junge, Junge. Ja. Lass mir nicht den Rang wegnehmen. Nein? Schade, warum nicht? Nein. Der wird sich gut an meiner Wand machen, find ich. Äh. Meinst du nicht auch? Ja, ja. Echt? Ja, dann. Ist doch schon entschieden, ne? Ja. Ich weiß selber gar nicht mehr genau, wie der aussieht. Weil wann hat man den schon mal wieder gesehen, ne? Ja. Nicht, dass hier gleich 100 Leute reinschreiben. Ey, so sieht der ja nicht aus. Und was voll falsch. Alter. Das wird geil. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Warum nicht? Das ist kacke. Nein, nein. Muss ein bisschen viereckiger bauen. Wir sind doch hier in Minecraft, ne? Ach, Mann ey. Das ist nicht gut. Warum nicht? Das ist nicht gut. Alter, irgendwie. Das ist doch schwarz. Zwei Minuten noch. Zwei Minuten noch? Ja. Ach du heilige, wie meine aussieht, ne? Ich glaube, die Köpfe sind ein bisschen komisch. Aber egal. Du, 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 du. Hm. Ich hoffe, das nicht. Warum nicht? Das sieht Bananen aus bei mir. Ach was. Ich glaube, das kann ich nur retten mit einem Knöpfchen in den Auge. So, wo ist das denn da? Ich glaube, es wie meine aussieht. Aber ich glaube, der macht nur irgendwas. Wenn ich noch das ganze Material finde, dann sollte ich es noch hinkriegen, oder? Ein Minuten auch. Was ist das denn? Klar kriegt man das hin. Der sieht so Bananen aus, ne? Aber was kann man denn? Den friegt er nicht hin. Doch, doch, doch. Ach, das schaffst du. In einer Minute kann man noch vier machen. Ich möchte nicht hin. Nein. Ich mache den mal ein bisschen einfacher, aber... Ach. Ich weiß gar nicht, ob der Arme, ich glaube nicht. Ach, gar nicht. So drei Köpfe sind das. Ach, ich hätte die Köpfe mehr nach vorne bauen müssen. Ach, in 30 Sekunden schaff ich auch nichts mehr. Der ist so Banane geworden. Ja, meiner auch. Aber egal. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal so. In 30 Sekunden kann ich sowieso nicht mehr viel dran machen. Oder? Finde ich noch Stufen hier. Mal gucken, was die anderen gebaut haben, ne? So, der Erste natürlich. Das ist meiner. Mann, was sagst du mir das? Ja, ich dachte, du wolltest wissen, was meiner ist. Das darfst du doch nicht sagen. Das ist meiner. Gib dir jetzt ein gut, ja. Ach so. Weil du es mir gesagt hast. Gut kannst du nicht geben, du musst fair bleiben, ne? Na gut, dann hätte ich dir unglaublich gegeben. Na gut, das ist. Nee, Spaß. Das war jetzt, okay. Also ich sag mal, es ist ja, was es ist. Und ich geh mal jetzt in Ordnung. Weil die Köpfe sind zusammen. Vielleicht auch in Ordnung. Na gut. So. Okay, das ist ein, na ja, weil Pixelart, ne? Oder 2D halt, ne? 2D halt. Ich hab ein gut gemacht. Okay. Ich find's 2D immer so, hm. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bin. So, das ist ein bisschen groß gedacht, würde ich mal sagen. Ja. Immer noch, na ja, ich weiß nicht. Ich hab mal Augenbrennen gemacht, weil jetzt nicht da irgendwas erkennen tue oder so. Okay, der ist gut. War der Kopf in der Mitte wirklich immer größer als die anderen? Ja. Okay. Äh, wo bin ich denn jetzt? Hier hat keiner was gebaut. Hier ist nix. Meine Augenbrennen. Echt, soll ich auch machen? Vielleicht expositiert der Boden. Ja, weiß ich noch nix. Ist ja nix. Oh, äh? Er hat den Boden ge... Ja, aber es ist immer noch 2D, ne? Er hat auch nicht 3D gemacht. Aber ich geb ihm mal wegen dem Boden mal einfach mal in Ordnung. Ja, ich backe. Den hat ja schon mal einer gebaut, ne? Das sieht nicht so... Naja, weiß ich nicht. War meiner. Sollen wir noch? Ja? Ja, das war meiner. Ah, das ist jetzt... Das ist ein... Nein, Spaß. Äh, in Ordnung. Ja, ein Ja. Naja, hab ich gemacht. Ich hab in Ordnung. Naja, hab ich gemacht. So, kommt noch irgendwas oder... Sind alle durch? Alle durch. Was? Der hat gewonnen? Oh, Rundok, 2. Platz. Okay. Okay. Haben wir noch ne Runde ran, ne? Ja. Hä? Hängen wir noch ne Runde ran, ne? Was muss ich denn senden hier? Gar nichts senden, ne? Einfach zurückgehen, ne? Ne, ne. Kannst senden machen. Das ist die Belohnung für dich. Achso. Irgendwas. Okay. So, mach. Jetzt aber. Ne Bibliothek. Bibliothek. Achso. Okay. Was baust du? Ne Bibliothek oder was baust du? Oder was richtig ausgeflippt ist. Was man aus einer Bibliothek halt machen kann, ne? Ja. Man muss ja einfach die ganzen Sachen zusammensuchen, ne? Weißt du? Ja. Ja. So. Jetzt erstmal die ganzen Materialien zu finden, ey. Die man immer braucht. Nehme ich das hier und das hier und das hier brauche ich. Und das ein bisschen. So. So. Und hast du schon eine Idee? Ach. Ich versuche was. Aber ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Na, wo haben wir das da? Immer schwer auch, wenn du beim Bauen immer zu reden, ne? Wenn du erstmal hier über den Leben hast. Ja, ist super komisch, ne? Ja. Das ist natürlich voll konzentriert, ne? Aber wir sind ja Multitasking fähig. Ja, Multitasking, ja. Lügt's aus. Und kriegen das bestimmt hin. Glaube ich. Weiß ich nicht. Glaube ich einfach mal. 3 Minuten bleiben, okay. Ach ne, das sieht Banane aus. Ich hoffe mal, meins wird man erkennen. Hm, 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 hm. Hoffe ich mal. Kann zwar immer nicht glauben, dass Leute das erkennen, aber man muss es hoffen. Ähm, wo haben wir denn? Ach, wir haben immer noch den Bug, dass wir nicht jede Stufe nehmen können. Ich liebe es doch. Ja? Ja. Ich kann keine Stufen verwenden. Freut mich doch wieder. Und das kann ich auch wieder nicht verwenden. Wer weiß warum. Dann muss ich das halt nehmen. Okay, ja. Aber sie haben ja schon einiges gepatcht hier bei Master Berskin, muss man aber dann auch wirklich mal sagen. Ein bisschen was haben sie ja schon gepatcht. Ja. Alles war aber noch nicht, aber ein bisschen schon was. Also muss ich jetzt nicht sagen, ob das was meins ist oder was? Nee, natürlich nicht. Muss ich erraten. Okay. Erraten, okay. Ja. Oh, du musst erraten. Jetzt gebe ich dir noch sonst immer in Amazing. 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 Ich hoffe mal, ich kann wenigstens... Ach, ich kann keine Stufe verwenden. Das gibt es doch einfach nicht. Nur eine blöde Steinstufe kann ich nehmen. Gibt es doch nicht. Also ich bin da an sich ja schon fertig. Jetzt kommen noch ein paar Zusatzsachen. Ja. Wie lange haben wir noch? Steht ja nicht, ne? Nein, ich sag das dir dann immer gleich an. Da. 30 Sekunden. Okay. Ich habe jetzt irgendwie mit mehr Zeit gerechnet. Oh Gott, wo ist das? Ja? Schon wieder fast vorbeigegriffen. 15 Sekunden. Ah. Wo ist das? Wo ist das? Ich bin das wieder nicht. Da drüben. Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr setzen, oder? 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ah. Okay, fertig. Mal gucken, was die anderen gebaut haben. So, kommen wir hier zum ersten. Ich würde mal sagen... Also, ich erkenne jetzt eine Bibliothek. Ist eine Bibliothek, eigentlich mit vielen Sachen. Ich gebe mal ein Good. Ein Good gebe ich. Also, irgendwie so ein Kick fehlt mir denn schon noch. Das ist ja super. Häuschen. Also, fand ich das erste schon besser. Meinst du nicht auch? Ja. Ich gehe mal in Ordnung. Das ist jetzt ein Na ja, würde ich mal ganz deutlich sagen, weil das ist ja nix. Habe ich auch ein Na ja gemacht. Das ist jetzt einfach nur drüber rum und... Das ist so standardmäßig Minecraft. Was ist das denn? Ein Bücherregal, würde ich mal sagen. Okay. Ich finde die Idee jetzt mal gut. Also, das ist mir wirklich mal was ausgefallen ist. So groß ist Bücherregal. Das ist mal ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich finde die Idee mal gut. Ja. Irgendwie spawnt bei mir die Welt nicht. Ich habe irgendwie voll den Bug. Doch. Echt? Das ist vor allem alles angefressen. Ich sehe nichts. Ah, jetzt spawnt es bei mir. So, das... Was ist das denn? Ich spawne immer in der Mitte. Okay, die versuchen alle irgendwie... Ich wollte was ganz Großes bauen. Hä, guck mal, wie groß das Ding ist. Ey, sag mal. Irgendwie gefällt mir das nicht, weil... Das ist ja einfach nur so... Oh, das ist sogar explodiert. Okay, guck mal, der hat ganz groß gedacht. Ja. Mit PCs, alles... Ich... Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht so... Ein Kick ist das. Okay. Was macht der da? Liste ein Buch oder was? Äh... Ja, ich weiß nicht. Sieht aus, als ob wir auf dem Klo sitzen irgendwie, ne? Ja, dankeschön. Okay, weiß ich nicht. Das war meins. Ich habe auch irgendwie. Oh, ich habe sogar gewonnen. Und du bist Zweiter. Zweiter bin ich nur... Scheiße. Ja, okay. Ja, das war's denn, ne? Das war's. Und das mit senden, das ist immer deine Belohnung vom Spiel. Die wird dir dann zugesendet. Ach so, okay. So, das waren ein paar Runden Master-Bilders. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt noch gerne beim Play-Sample vorbeischauen. Der macht auch coole Bau-Videos und so. Und ansonsten war's das Ganze von uns, ne? Ole! Okay, mit Ole geht's dann ab. Und tschüss. Wo ist die Kamera? Äh, da, da, wo wo ich hinguck. Wo ist die Kamera? Da, wo wo ich hinguck. Ach so. Da, wo, wo, wo? Hi, Kamera. Bye-bye.